Hey, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu South Park. Ja, und das Stick of Truth. Und wir sind da mitten im Kampf gewesen. Immer noch. Wir erobern den Turm von... Da glaub ich es leid, ne? Stößt. So. Abgewehrt. Schön. Fähigkeiten. Wir müssen, wir müssen, wir müssen. Wir müssen wieder ein bisschen Gesundheit tanken. Nee, nicht Blöten. Mana-Tank. Nee, Macht-Tank. Wir müssen den Macht-Tank tanken. So. Dann machen wir, machen wir, machen wir. Knochenbrecher. Ein Knochenbrecher. Ist stolzhaft, Freunde. Für eure Schule. Für eure Schule. Halb. Nicht. Der Mantel ist weg. Halb. Sieh sieben. Na gut. Dann müssten wir, müssten wir, müssten wir uns heilen. Im Moment gerade glaube ich nicht. Aber ich muss unbedingt Mana-Tank groß zu mir nehmen. Macht, Macht-Tank. Entschuldigung. In Hals! Stimmt! Wir haben, wir haben genau diesen hier. Macht-Tank haben wir sonst keinen mehr. Seh ich gerade. Das ist nicht gut. Das ist schlecht. Dann müssen wir uns heilen. Dann müssten wir uns heilen. Macht-Tank benutzen. Kann nichts essen, weil angewidert. Auch schön. Gleich sind wir wieder angewidert. Ich seh es kommen. Also, Fähigkeiten haben wir keine mehr. In Hals! Stimmt! Aber der ist ja schon tot. Zombie-Kätzchen. Wie ich fällst! Ich komm. Aufs Kätzchen. Hau drauf! Hör uns! So. Jetzt an. Fähigkeiten Knochenbrecher. Dann. Hopp! Und ho! Alter Ergebenheit! Und draufschlagen. Draufschlagen. Draufschlagen mit der P. Alter Freude! Oh, Glück gehabt. Nicht! So. Jetzt Gegenstände. Wir sind ja nicht angewidert, ne? Ne, wir sind nicht angewidert. Seht. Dann müssten wir Macht-Tank nehmen. Hallo? Hallo? Müssten Macht-Tank nehmen. Schaum! Wo können wir jetzt? Die Stürme? Die Stürme. Machen wir die Stürme. Aufgehen hier. Schau, mein Röscher's Fury. File Stunen! Schön. Schön, wunderbar. Jetzt. Jetzt geht's noch an den Kleinen. Nein, doch nicht. Wir sehen noch an den Kleinen hier. Stolzere Leben, Halt! In Stolzere Freude! Halt! Second hook! Halt! Halt! Sieh, sieben! So, Zaubebitte gebucht. Nein, das darf nicht sein. Halt! Nobody likes me! Keine Sorge. Keine Sorge, Bottas. Hier hast du nen Taku. Leckeren Taku. Nur für dich. Schön. Ja, dann, dann müssen wir die Zombie wiedergucken. Toll. Krasse Scheiße. Wir haben nur den. Na gut. Und... 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 Stolzere Gebenheit! Vierfach ab. Und... Gebenheit! Jetzt müssen wir... Müssen wir... Müssen wir... Müssen wir... Müssen wir... Gängstände... Sparen. Gut sparen. Gut sparen. Gut sparen. Gut sparen. Gut sparen. Ne. Auch ne, nichts. Was war denn das? Eure Schule! Was? Der steht auch wieder auf? Nein! 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 Oh Gott! Nein! Oh mein Gott! Wir brauchen schon wieder einen... kleinen... Wiederbele... Wiederbelebungs-Taku. Hier auf uns im neuen... Spiel. Der gar nicht mehr so neu ist. Fähigkeiten... Mann, 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 Mann! So, jetzt am... Nächste Maustaste... Wenn der Blitz einliegt. Ticke! Gestalterer Gebenheit! Hau ab! Nur eure Schule! Wir müssen... Er ist ein Reizraum nehmen. Weg ein! Geh auf Badass! Badass muss das nehmen. In der nächsten Runde kann ich dann angreifen. Wie? Kann ich was? Nee. Kann ich nicht. Gut... Oder schlecht. Wir... Inhalt! Schümm! Boah! Mit stolzer Freund, stolzer Ergebenheit! Nein! 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 Ja, die Katze lebt auch wieder! Wollen wir mich eigentlich alle verkacken hier? Jetzt! Hallo? Was war das denn? Wie? Jetzt bluten wir auf. Toll! Ende Berührung... Nicht! Hm... Krank! Krank! Er macht krank hier! Badass! Jetzt kann er auch wieder seine Fähigkeiten Haus nehmen! Huh! Glück gehabt! Jetzt schlugen wir wieder! Wie? Na gut... Ich mache nichts Gefühl! Schwung! Hoffentlich! Na gut! Ja! Bertäubung! Los! Gern! Sehr gut! Von Wunsch! Da können wir nämlich auch gleich wieder... für ein Gegenständ... Gegenstände aus! Machtdrank wird ja gleich von das geben. Genau. Wir selbst, wir selbst. Keinen Machtdrank mehr nehmen. Aber das macht nix. Ja, wir schlagen jetzt hin. Gab uns keinirdischer Bargesetzter! Genau. Dann, dann, dann. Otasama. Auf Kätzchen. Das steht nicht auf und geht davon. Glauben wir das. Nee, Beschwörung. Können wir nicht gebrauchen jetzt gerade? Gesundheitstrank. Nee. Was ist denn? Dingdrank. Mandrank Groves. Damit wir wieder ein Nagasaki machen können. Nicht, nicht schon wieder. Warum? Warum kackst du mich ein, Junge? Nein. Warum? Zum Kopzen. Da will man was machen. Es klappt ein. Wenn dann auf den linken Maushaust, um anzugreifen, wenn das geht. Ein stolzer, stolzerer Gegenheit! Jetzt steht schon wieder alles. Dann müssen wir wieder Gleichkeiten Dr. Chaos nehmen. Inhalt Schimm! Let's see how you like feeling with me! Huahaha! Huah! 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 Und eure Schule, in kreuzer Freude! Da ist nicht rot gewesen. Dein Vergebenheit! So, jetzt versuchen wir es nochmal. Wie kalt! Jetzt kack dich nicht wieder ein, ich sag's dir. Kack dich nicht ein. Ja. So, na das auch. Genau. Nagasaki auf den Halschen! Nee, Nagasaki. Hier, auf den hier. Endlich. Wäre wahrscheinlich am schnellsten gegangen so, aber ich musste ja immer wieder. Ha, schön. Alles nehmen, was wir können. Was haben wir hier? Da haben wir nichts mehr. Da haben wir noch den Grossten. Alles nehmen. Schießen. So. Nee, nicht wichtig. Schießen. Alles klar. Geht auch nicht. Da muss ich, da muss ich... Hallo. Hallo. Hau ab. Da muss ich jetzt wieder... Oh, dass du auch immer noch keine Medikation hast. Ja. Kein die Medikation. Und zwar dann geht's ... Da sind Sie auf, was mich immer nochENT. Wenn ich ... Oh, was ich jetzt noch ein ... Ich bin, dass ich ... Es war schon ... Ja. Und dann vergangen ... Nee. Okay, crap... Ja, du solltest mir Geld nehmen. Wir haben dich zurück! Piraten, helf den Kommander! Okay, alles klar. Leiter haben wir auch. Dann klettern wir hoch, die Leiter. All right, here's the plan. Attack each tower and raise the gate so we can get into Clydes Lair. Maplebeard, clear the path! Yay! Ahornbart. Ohne wahr. Fuck you! What are you looking at? Der kleine Miesel. Oof! Ow! Ah! Jetzt kommst du ran. Düstere. Immer noch. Immer noch das Düstere. Nein, mir fehlt das Mana. Make your move! Gut, Gegenstände. Dann den Mana Trunk. Mana Trunk. Mana Trunk. Mana Trunk. Ganz normaler. Nicht gross, nicht klein. Nee. Nee, jetzt fehlt mir das. Dann sparen wir das. Dann sparen wir das. Und nehmen stattdessen... Starling won't save you! Ja, genau. Den Bullen. Den Bullen müssen wir nehmen. Halte die linke Mauskaste. Geh drücken. Bis du wohl ziehst. Ganz genau. Ah! Yeah. Ballas! Ah! So. Der hat auch ganz schönen Schwung. Was können wir da noch machen? Make your move! Und dann muss ich noch den Buch starten. So. Dann nochmal den Hammer. Der Gerechtigkeit schwingen. Hier. Komm. Was nur einer! Zu spät. Moment. Mach mir den Knochenbrecher. Damit es auch richtig ist. Und... Der Homerunner. Erreichte. Toll. Juhu. Oh. Glück gehabt. Können wir das nicht noch mehr öffnen? Ne. Können wir nicht. Da gibt's noch nichts. Nehmen wir auch. Moment. Ah! Stand up, Sergeant! Schnauze, Sergeant! Ne, ne. Moment. Hier. Denk fast. Eiger. So. Ah! Da sind wir. So. Hier sind wir. Ich hoffe, wir werden nicht in Probleme für das. Wir haben wieder unsere... Unsere... Erstangriff. Und wer läuft. I got all the time in the world, bitch. Zwar keine Rüstung, aber egal. Das nimmt saftig viel... Saftig viel weg. Von dem her. Wenn wir das rechte Maustaste... Und einer ist schon wieder pecklich genockt. Okay. Lootet nur. Egal. Rambolen. Und... wieder die Hälfte weggerutscht. Weggerutscht. Toll. Und... Ah! Nicht ganz genau. Ich bin unbeändert. Toll. Mädchen hat dich geschlagen. Sehr gut gemacht. Dann müssen wir Gegenstände nehmen. Sofort hier. Moment. Heilfläschchen nehmen. Wo ist er? Hallo. Nimm das Heilfläschchen. Die Waffen-Fans. Ist klar. Wir machen... Knochenbrecher. Oder machen wir... Knochenbrecher. Ich will nicht sterben. Oh. Jackpot. Die ist weg. Die ist weg. Die ist weg. Ich habe gerade meine Oberbitch gefunden. Scheint was so zu sein, ne? Alles nehmen. Auf zu beiden im Daumen. Hier. Hätte ich das runter... Runterschießen können? Na klar. Na klar. Hätte ich das gekauft. Jetzt brennen sie. Alles nehmen. Schließen. Und da die Tür noch. Das Türchen hier. Kann ich das Rädchen nicht drehen? doch. Es läuft. Es läuft. Schön. Die Alien-Sonde wieder nehmen. Moment. Ne. Hallo. Nicht die Staub. Die Alien-Sonde. Die Alien-Sonde. Klop. Kommen wir da rein? Wir sind wieder drin. Wir sind wieder drin. Bisschen. Ja, genau. Und dann. ... ... Wir sind ein bisschen helLY praktischer. Oh du denkst nie? Ja, irgendwas damit tut. So ein bisschen meatsées. Kann ich das ein bisschen ausmachen? Dann Libby. Ich hab' den. Wollen Sie mitmachen? B Wochen mal drauf. Jetzt setz dich aus. Das Boot fest sind. Oh, wir müssen es so saugen, das ist die Dreck. Die Kuh pumpte. Oh, ist gleich da. Nein, nicht gleich. Nicht gegen die Kuh. Das ist die Kuh. Jetzt geht's. Und ein paar Kühe, alles klar. Alles klar. Aufstampfen, hätte ich jetzt mal gesagt. Und zwar, schön. Jetzt wissen wir natürlich hier Fähigkeiten, wie der dunkle Chaos-Lort. Schön, wie wir hier. Professor Chaos, wie der alle. Let's see how you might kill it with me. Droht und droht. Sehr schön. Lulisar. Die Kuh sind weg. Warum fight one, Craig, wenn du fight five? Was gegen fünf? Hallo, Bill? I'm immune to Splash Damage. Quite sad. Irgendwas für Schaub? Okay, alles klar. Clyde hatte eine viel cooler Base, so ich habe getan, was ich tun musste. Ah ja, dann. Dann muss ich einen kleinen Trank noch zu mir nehmen. Trank, Mana-Trank. Mana-Trank. Kleinen Mana-Trank gibt's nicht. Mist. Being a trainer is awesome. You guys are missing out. Ich seh's. Ich seh's. Nee, doch nicht. Doch. Mann, nee, Mann. Alter. Kack dich doch nicht selbst ein, Junge. Voll. Voll, ich hätte es wissen müssen. You should have turned evil when you had a chance. I was Craig's. Let's rumble. Oh, das war nicht so schlecht. Jo. Dann. Wir müssen so eine Cola nehmen. Macht ein Tränkchen. Hier. So, dann. Dok, Dok, Chaos. Hier. Fähigkeiten. Chaos. Dank schön. Sind alle gleich stark. Egal. Ab mit dem Hammer. Let's see how you like killing with being. Bleh. Ha-ha-ha. Bleh. 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 Oh. Nein. Nichts. Ah. Ah. Strike fit me, Jun. Aua, das hat geschmerzt. Na gut, Gegenstände jetzt alle. Warnabdrank gross, jetzt sind wir alle leer. Gegenstand kommt. Gott sei Dank. So, jetzt alle. Das hat aber nicht viel gebracht. Hätte ich jetzt mal gesagt. Das ist schlecht. Jetzt fällt mir natürlich genau einer. Jetzt fällt mir genau einer. Toll. Tja. Hammer, da. Komm. Kann doch gar nicht sein. Noch mal fünf. Toll, die sind natürlich jetzt alle wieder schön. Mein Gesundheitstrank groß. Hier auf Butters, der hat's nötig. Fähigkeiten habe ich natürlich gerade alle gebraucht. Jetzt nehmen wir nochmal eine Cola. Jetzt müssen wir rausnehmen. So, und jetzt schön wieder raus. Ja, schön wieder raus. Na gut, Gegenstände. Tacko. Innen. Geh Schatz. Tacko. Komm, steh auf. Steh auf, Manners. Voll mir. Hälfte mal aber. Wir brauchen mehr. Das ist ja mein Problem, was ich habe. Ich habe wirklich gefunden, dass ich eine Frau von Kleins' Views über die Schmerzen und die Welt entschlägen. Gott, 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 Gott. Schön. Das war ein Verhältnis. Das war ein Verhältnis. Warum sind sie nicht, warum es war... Hey, was ich nicht verstehe. Warum sind sie nicht am Boden? Ich kann was. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. In den Tänken. Ehe nicht den Tänken. Den Dünner. Schön. Hat es. Hat es. Hat es geholfen. Fähigkeiten. Keinen Moment gerade. Ganz gut. Hier. Hier. Der Hammer. Ja, hier oben. Ach so, was muss ich schauen. Sehr schön. Wir sind wieder dran. Drachenstrahl. Weiter einen starken Mariestoß. Zusätzlich betäubt. Wie ist er nun dagegen? Wieso? Zum Teilen der Berührung. Die Gegenstände. Wir müssen wieder Machttraff nehmen zu uns. Und das. Schimpfeln. Zuerst. Fähigkeiten kann ich natürlich jetzt noch keine einsetzen. Und das. Lange halten die nicht mehr durch. Außer sie rufen wieder 5 von anderen. Wie lange halten die nicht mehr durch. Lange nicht mehr. Schimpfeln. Reichkeiten. Schimpfte Wolle. Rambolen. Du solltest schimpfeln, wenn du eine Chance hättest. Und noch einen Becher hier. Auf den 5000er. Ja, heil. Was war denn das jetzt? Der Tod von oben. Wollt euch nicht wieder 5 dazu. Ich sag's. Sonst bin ich hier weg. Sonst bin ich hier weg. Überlebungskrank. Hier hin. Biss wieder schön voll. Ich muss. Ich hab die Marie gebrauchen. Mh. Mist. Mist. Okay. Hier die Granat. Los. Au. Auf. 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 Auf.